Wir reden jetzt hier im Podcast über das Thema Matrix. Es ist jetzt zweimal bestimmt insgesamt so anderthalb Stunden Material flöten gegangen. Aber ja, wir starten jetzt gerne nochmal. Und das war ein mega, mega Thema, was du gerade angesprochen hast mit der Erde, sei es Kugel, Flach etc. Und wie sich die Matrix da anpasst. Ich kann dir gerne mal was dazu sagen. In Form von, genau, also wie deine Einstellung ist zu dieser Matrix, zu dieser Realität, so ergibt sich auch dir die Welt. Es ist wirklich eine Art, sie ist nicht Kugel, sie ist nicht flach, sie ist wirklich ein Server für Bewusstsein. Sie ist wirklich ein Server und passt sich der Person und dem Kollektiv gewaltig an, ähnlich wie deinem Traum. Träume sind auch nur andere Ebenen der Matrix. Und es ist an sich, ja, die Matrix ist so gesehen nichts Schlimmes, nichts Böses. Dein Haus, wo du hier gerade sicher drinnen fühlst, ist ja auch kein Gefängnis. Du kannst es theoretisch verlassen. Du fühlst dich hier drinnen sicher, aber es könnte auch für einige ein Gefängnis sein. Ich bin hier in vier Wänden drinnen. Manche sehen es als Komfortzone Freiheit an. Ich habe ein Haus, ich kann machen, was ich will. Der andere sagt, hey, ich habe ein Haus, ich bin hier gefangen. Das heißt, es ist immer die Ansichtssache der Person und so kreiert sich auch seine Realität. Deswegen werden wir auch mit jungen Jahren in Religionen geworfen, damit unser Glaubenssystem sich halt von jungen Jahren anfängt anzupassen und zu limitieren. Limitieren jetzt nicht unbedingt in einem negativen oder positiven Sinne, aber es wird für unendliches Potenzial, was wir sind, ein Regelwerk und ein Szenario ausgelegt, wie das Ganze laufen soll. Bedeutet, es wird eine potenzielle Möglichkeit kreiert für die Person, die Realität von vorderan zu beeinflussen durch Systeme wie Religionen, Banken, Medien etc. Das ist jetzt alles nicht gut oder böse, sondern es ist an sich Beeinflussung eines unendlichen Potenzials in eine bestimmte Richtung. So ähnlich wie ein Vater sein Kind beeinflusst in eine bestimmte Richtung, wie er es erst erfahren hat. Und ja, so ist das mal meine Ansicht, wie ich das mal sehe. Mir geht da gerade was durch den Kopf, ein Gedanke, weil wir eben auch von Gefängnismatrix gesprochen haben. Also ich habe ja gestern noch gesagt, die Matrix ist eigentlich nur insofern ein Gefängnis, in dem man sich nicht bewusst darüber ist, dass es eine Matrix ist, ein virtueller Erlebnisraum. Ich glaube, das wahre Gefängnis nennt sich Rechthaberei. Wenn wir uns aus der Rechthaberei befreien können, dann öffnet sich automatisch unser Geist wieder und wir sind befreit aus dem, worin wir eigentlich wirklich gefangen sind. Nämlich in der Illusion, dass die Welt so ist, wie wir die gerade sehen. Und das, obwohl uns tausende Leute drumherum in Streitigkeiten erzählen, dass sie sie aber ganz anders wahrnehmen. Offensichtlich. So, wenn wir das mal nutzen können und wenn wir uns mal Streitsituationen einfach mal mit ein bisschen Distanz angucken und was für ein Blödsinn das da eigentlich ist, weil da zwei oder mehr Leute gerade damit beschäftigt sind, sich irgendwelche Sichtweisen über ein und dieselbe Sache um die Ohren zu hauen und statt sich das ergänzen zu lassen, halt zu versuchen, darauf zu beharren, dass weiß aber jetzt das Richtige ist. Und schwarz existiert überhaupt nicht. Schwarz ist Blödsinn. Schwarz ist der Teufel. Oder links. Oder rechts. Oder oben. Und immer die Dualität halt. Das ist halt eben so das Ding. Wenn ich mir die Münze von zwei Seiten angucken kann und einer dritten. Die Münze hat ja auch noch die flache Seite. Das sind ja nicht nur die zwei runden Seiten. Die Münze hat ja eigentlich nicht zwei Seiten, sondern Minimum drei. Eine Münze ist ja nicht ein zweidimensionales Objekt, sondern tatsächlich ein dreidimensionales. Und selbst wenn du so papierhauchdünn bist, wenn du nah genug ran siehst, dann siehst du, dass das eine Kante hat und ein dreidimensionales Objekt ist. Das heißt, du kannst auch in der Dualität locker mehr als zwei Perspektiven aufführen. Aber du hast eigentlich immer so diese Haupt... Also schwarz-weiß, grün, rot, blau, gelb. Oben, unten, rechts, links, warm, kalt. All diese ganzen Dinge, die sich eigentlich durch ihr Gegenteil bedingen. Und dadurch aber eins bilden. Sondern jetzt kann man da hingehen und sagen, hey, von hier aus sieht es so aus. Ah, von da sieht es so aus. Alles klar, dann haben wir hiermit so und sowas zu tun. Das wäre bewusstseinserweiternd. Stattdessen machen wir, nee, von mir sieht es so aus und was du sagst, ist Blödsinn. Wir tun immer so, und das ist ziemlich dumm, als wären die anderen doof, weil die gewisse Sachen anders sehen als wir. Und wenn wir uns daraus mal lösen können, dann haben wir, glaube ich, für uns selber und auch für den Rest der Menschheit eigentlich einen ganz riesigen, großen Schritt getan. Also das ist tatsächlich ein kleiner Schritt für die Menschheit. Nee, nee. Ein kleiner Schritt für jeden Einzelnen von uns und es wäre ein gigantischer Schritt für die Menschheit, wenn das mal in Modegeriete geraten würde. Und wir uns das endlich mal abgewöhnen könnten, die ganze Zeit uns rumzustreiten und auf diesem Recht zu beharren, dass man da, und wenn man sich ja wirklich als Außenstehender anguckt, kann man ja wirklich nur mal den Kopf drüber schütteln. Als das 2016 dann so aufkam mit Die Erde ist flach und bla, als das dann so Runden machte, dann war das dann, da habe ich echt gesagt, wollen wir mich jetzt verarschen? Und jetzt fangt ihr euch auch noch an, darüber zu streiten, ob die Erde flach oder rund ist, während ich die ganzen Christen mal dran erinnern durfte, dass die römisch-katholische Kirche bis 1982 steif und fest behauptet hat, offizielle Stellungnahme, die Erde ist flach. Also das ist jetzt gar nicht mal so, als wäre seit 1492 in Kolumbus absolut für alle klar und bewiesen gewesen, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne dreht, sondern die Kirche, die römisch-katholische Kirche hat bis 1982 offiziell behauptet, oder habe ich schon gelebt? Da war ich schon sechs Jahre alt. Da habe ich schon gelebt. Also das war noch zu meinen Lebzeiten, wo die römisch-katholische Kirche offiziell behauptet hat, dass die Erde eine Scheibe ist und flach. Und ich habe mir dann gedacht, echt jetzt? Wollt ihr euch jetzt wirklich jetzt darum streiten, ob die flach oder rund ist? Können wir uns nicht mal endlich darüber unterhalten, wie wir die ruhig und friedlich bekommen? Aber er hatte kein Interesse dran erst mal. Wir mussten sich erst mal darüber streiten. Aber für mich war das dann halt ein entsprechendes Ding, wo ich dann gesagt habe, okay, ich bin da raus. Ich brauche das nicht, weil für mich klar war, hey, die Erde ist virtuell. Sie ist ein Server. Sie ist nicht in irgendeiner Materie verankert, sondern sie präsentiert sich jedem Beobachtenden genau so, wie er sie beobachtet. Sprich, der Wahrnehmende gibt durch seine Wahrgebung vor, wie er wahrnimmt. Und das ist es auch schon. Und dann braucht man sich nicht zu streiten. Ich finde Streiten sowieso blöd. Warum kann man nicht einfach akzeptieren, dass der andere eine andere Perspektive hat und gut ist? Warum muss man immer versuchen, andere Leute von irgendwas zu überzeugen? Und ich finde das so müßig mittlerweile. Es ist halt schwierig, eine offene Meinung, eine wahrhaftige, offene Meinung in dieser Realität zu haben. Ich sage mal so, ich erkenne das ziemlich gut aus Religion. Damals als Kind war ich halt streng muslimisch aufgezogen. Seit sechs, sieben Jahren bin ich gar nicht mehr in Religion. Aber an sich war ich halt in so einem Glaubenssystem drin, wo die Menschen wirklich schon... Es gab Ärger, wenn du versuchst, das zu hinterfragen in der Religion, sage ich mal so. Also bei den... Von meiner Oma, Opa, das Verhältnis zum Glaubenssystem, das war schon extrem. Da durftest du nicht hinterfragen, du durftest nicht die simpelsten Sachen da hinterfragen. Und diese offene Meinung ist halt schwierig. Wenn du so tief in der Dualität bist, dass du nur schwarz und weiß hast, dann ist es schwierig, diese offene Meinung zu haben. Und das ist immer gefährlich bei den Personen, die sich in Glaubenssysteme auch in die Spiritualität schmeißen. Und diese Spiritualität als Religion ansehen und sagen, hey, nur drittes Auge entkalken, nur Säfte, Obst und Gemüse ist gesund, alles andere ist vom Teufel. Oder du weißt, was ich meine, ne? Dieses zu sagen, nur meditieren, drittes Auge entkalken, Frequenzen hören, das ist Spiritualität, alles andere ist böse und schlecht. Das sind immer diese verklemmten Meinungen, die Glaubenssysteme, also Glaubenssysteme beeinflussen wirklich deine Wahrnehmung in dieser Realität und deine Potenzialität, was du wahrnimmst. Bedeutet, was du manifestierst. Ich sage immer, was du anziehst, Negativität, Positivität, alles in deinem Leben ist deine Entscheidung und manifestierst du. Es kommt nicht einfach so, sondern du öffnest die Tür für dieses Potenzial. Du öffnest die Tür für Liebe, du öffnest die Tür für, Negativität. Bei positiven Sachen klopfe nicht anderen, sondern dir auf die Schulter, du hast es theoretisch geöffnet, die Tür. Du hast sie aufgemacht, kein anderer in dem Moment. Bei Negativität aber auch, sie ist dafür da, genau wie ein Kind sich an einer Herdflamme verbrennt und aus dieser Negativität lernt, nicht mehr da reinzufassen. Genau. Man kann aus dem Negativen und Positiven... Genau, sag weiter. Wenn du dem Kind sagst, fass nicht auf die Platte, die ist heiß, du verbrennst dich daran. Das Kind aber kein Konzept hat für heiß und verbrennen, weil es es nicht versteht. Das ist quasi so, wie wenn Gott Adam und Eva in der Genesis sagt, tobt euch aus, aber bleibt von diesem Baum weg. Der richtet Schaden an. Lasst einfach die Finger davon. Und die wissen aber nicht, was Schaden bedeutet. Ja, dann ist die Versuchung tatsächlich da, das herauszufinden und die Spielregeln besagen dann halt nur mal, okay, dann machst du es so lange, bis du es kapierst. Das ist Lernen. So, und dann ist das tatsächlich so, dass Adam und Eva da tatsächlich auch erst mal herausfinden mussten, was Schaden bedeutet. Deswegen heißt dieser Baum auch Baum der Erkenntnis. Wenn du mich fragst, so nach meiner Auslegung der Bibel. So habe ich mir was daraus geholt. Und das ist halt bei dem Kind auch so. Das Kind muss dann echt erst mal, wenn das Kind anderswo schon gelernt hat, was heiß ist und sich verbrennen, dann kannst du dem das vermitteln, wenn es vorher noch keine Herdplatte gesehen hat. Pack da nicht drauf, das ist heiß, verbrennst du dich dran. Alles klar, mache ich das nicht. Aber wenn das Kind das nicht weiß, dann ist das wie eine Einladung, da drauf zu fassen. Da ist die Versuchung dann da. Genau. Und das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja, also, du verbrennst dich ja nur. Das ist ja das Tolle an unserem Körper, dass der so schön, schnell und eigentlich spurlos wieder verheilen kann. Und letztendlich sogar den Tod, wir in der Lage sind zu überleben. Selbst wenn wir den Körper kaputt machen, heißt das ja nicht, dass wir nicht in den Nächsten inkarnieren können und wieder Fleisch werden können, weil das ist ja das Tolle an der Matrix. Du nimmst ja einfach einen neuen Avatar. Das sind so Dinge, die Reinkarnationstheorie, die hat sich für mich mal irgendwann als Theorie, als völlig blödsinnig, es ist für mich das Theorie. Wenn du mich fragst, ob ich an ein Leben nach dem Tod glaube, dann kann ich dir nur sagen, ja, du fängst besser auch an, darin zu glauben, weil du bist mittendrin in einem. Du lebst gerade mitten in einem Leben nach, ich habe keine Ahnung, wie viele Tausende von Toten wahrscheinlich schon, die du dir geleistet hast. Und ja, auch das ist dann nicht schlimm, wenn man das weiß. Wenn man weiß, ich habe total krass, ich habe gerade eben erst angefangen, die Nebel von Avalon zu lesen und bin auf Seite 25 schon auf Sachen gestoßen und habe gesagt, alter Schwede, da sagt die Frau da irgendwie, wie kann das denn nur einfach sein, weil da geht es darum, dass halt quasi die Römer beziehungsweise die Christen im Prinzip die alte Welt und die Göttin und sowas dann quasi aus der Wahrnehmung der Leute verbannen und halt eben ihr komisches Ding von wegen, ja, ihr habt nur ein Leben und danach geht es in die Hölle oder in den Himmel und die eine kriegt das von der anderen erklärt und kann es nicht fassen und sagt, ja, wie kann denn ein Gott so unfair sein, seine Gläubigen glauben zu lassen, sie hätten nur ein Leben, das ist ja richtig scheiße, das ist ja richtig fies, weil das nimmt ihr, aber genau das ist natürlich auch das, was halt eben tatsächlich uns dabei jetzt geholfen hat, Dinge in einer, in einer Densität, in einer Tiefe zu erfahren von Abtrennung bei wenn du Verzweiflung kennenlernen willst, dann hilft dir das nicht, wenn du davon weißt, ja, okay, scheiße, da ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm. Das heißt, dann musst du alles tun, um in dieses, in die Fähigkeit zu kommen, zu glauben, ey, das ist jetzt hier, das ist das Einzige und wenn ich das jetzt hier vergabe, so, ne, das ist, da braucht man teilweise ganze Zeitalter für und Generationen über Generationen von Überlieferung dieser Dogmen, dieser Glaubensgrundsätze, die es überhaupt erst möglich machen, sowas dann tatsächlich als wahrt. Das ist, wie wenn du in einer Geisterbahn bist und nicht weißt, dass du in einer Geisterbahn bist, dann ist auf einmal alles total gruselig, aber die Hölle, die Hölle ist dann auf einmal gar nicht mehr so gruselig, wenn du eigentlich weißt, ja, ja, ist nur die Hölle, schieß drauf, das ist wie Regen und danach kommt wieder Sonnenschein. Wenn du das weißt, dann wirst du in der Hölle nicht sonderlich viel leiden und das ist halt was, was sich in meinem Leben in den letzten 18 Jahren ganz wahnsinnig geändert hat. Ich kann immer noch durch die Hölle gehen und das tue ich auch zwischendurch, aber es ist nicht mehr so, es ist nicht mehr so dramatisch für mich, es ist nicht mehr so, wie fehlt das richtige Wort, es ist nicht mehr so intensiv. Ich kann nicht mehr so intensiv leiden, wie ich das vor 20 Jahren noch konnte, weil ich weiß, dass es alles nur Einbildung ist. Das Erleben einer virtuellen Welt, die ich für völlig real halten kann, weil mir fünf Sinne vorgaukeln, dass das alles echt ist. Aber, wenn wir uns mal ein bisschen genauer angucken, wie gesagt, habe ich gestern schon gesagt so, die Wissenschaft, die erzählt das schon seit 100 Jahren, dass das hier nicht materiell ist, dass das nicht fest, dass das Schwingung ist. Und das Beispiel nochmal zu nennen, wenn die damals das Doppelspaltexperiment gemacht haben und rausbekommen haben, so, Moment, das verhält sich alles irgendwie so, wenn die damals schon über Minecraft oder Cyberpunk 77 oder Red Dead Redemption verfügt hätten und das so bekannt war wie heute, dann hätten die gesagt, das wäre die erste Schlussfolgerung daraus gewesen. Leute, wir leben in einer virtuellen Welt, die sich dem Beobachter anpasst. Das Schöne, das ist eigentlich gar nicht. Es ist wirklich ein, es ist das, was getrenntes Bewusstsein möchte. Ich meine, wenn wir alle die Urseele, das Urbewusstsein sind, möchten, wenn wir schon alles sind, was existiert, das ist so, wie wenn du ein Spiel spielst, du freust dich auf das Spiel und auf einmal hast du alles freigeschaltet und alles ist schon fertig, das Spiel. Du hast alle Items, du hast alles. Dann lohnt sich das nicht mehr richtig zu spielen, ne? Kommt drauf an. Es kommt drauf an. Wirklich, es kommt drauf an. Du kannst die Forest spielen. Ich weiß, aber du willst ja die Erfahrung machen. Und da gibt es zwei unterschiedliche Enden. Du kannst es machen. Ja. Aber irgendwann wird es langweilig, ne? Irgendwann ist es dann tatsächlich, selbst wenn du das alternative Ende spielst und auf der Insel bleibst und deinen Scheiß da weitermachst, irgendwann ist es, irgendwann fängst du das Spiel von vorn an oder spielst ein anderes. Ja, wegen der Erfahrung. Du wirst nicht auf Ewigkeit bewegen. Es ist meist nicht, ich meine, es ist alles nur wegen der Erfahrung. Deswegen hat auch getrenntes Bewusstsein sich von alles, was ist, getrennt in mehrere Seelen oder in mehrere Bewusstseinsebenen, wie zum Beispiel Menschen oder Tiere, um sich selbst wieder zu erfahren. Das ist das ja. Wir definieren uns jetzt gerade nur durch unsere Erfahrung des Lebens. Bedeutet, wir erklären gerade alles aus unserer Erfahrung in dieser virtuellen Realität. Realität bedeutet, es ist nichts wichtiger als die Erfahrung jetzt zu erfahren. Bedeutet, wenn du in diese Realität ohne Investment, ohne ein, ohne irgendwas hinkommst und nur Erfahrung nimmst, hast du nichts zu verlieren. Du hast nichts zu verlieren, außer das nicht zu verstehen, dass das hier wirklich eine virtuelle Realität ist. Wenn du verstehst, das hier ist eine virtuelle Realität, dann kannst du selbst die Zügel in die Hand nehmen und sie so gestalten, wie du möchtest. Es ist so einfach. Ja. Ja. Genau. Und deswegen wird alles dafür getan, damit wir das nicht wissen, damit wir das nicht wahrnehmen, damit wir möglichst uns dagegen wehren, dass das hier nur eine virtuelle Welt ist. Weil das würde ja bedeuten, dass wir Macht haben. Das ist aber für Leute, die Verantwortung spätestens alle vier Jahre in die Tonne zu treten, in die Urne zu werfen. Also du weißt, was ich meine. Also ständig eigentlich permanent die Verantwortung über sich abzugeben. Dadurch dann automatisch auch die Opfer äußerer Umstände werden. Habe ich gestern auch schon mal erklärt. Das ist ein riesengroßer Unterschied und vor allen Dingen ein großer Trugschluss. Es sieht nämlich so aus, als seien wir Opfer äußerer Umstände. Letztendlich, wenn man es sich genau anguckt, sind wir aber tatsächlich Opfer innerer Einstellungen. Was man alleine dadurch beweisen kann, dass wenn ich eine innere Einstellung ändere, sich die äußeren Umstände automatisch anpassen. Das muss man ja nur mal machen. Das bedeutet, wir haben Macht. Wir haben die Allmacht. Und innerhalb des Spiels, das wir hier auf der Erde spielen, der Programmierer ist überall bekannt, das ist Luzifer. Das ist Luzifers Show, die wir hier spielen. Der hat das Ding programmiert. Und wenn du mich fragst, saugeiler Programmierer. Klar, das ist ein Architekt. Ja, genau. Und gewitzt. Also klar, knallhart, brutal, blutig, Splatter. Aber da stehen ja auch alle offensichtlich draußen. Es wird ja nicht solche Computerspiele geben. Aber das ist ja genau der Abklatsch dessen, was wir hier haben. Also warum sollen wir als Seelen nicht auch daran interessiert sein, uns hier mal quasi wie auf Planet Doom gerade einfach mal volle Pulle die Fresser hinzuhauen und das dann tatsächlich sogar mit der Möglichkeit völlig zu vergessen, dass das nur ein Spiel ist und es dafür richtig ernst zu nehmen und richtig drunter zu leiden. Das ist eine Erfahrung. Ich muss erst mal hinbekommen. Das musst du dir erst mal erarbeiten, diese Möglichkeit, so leiden zu können, die Erfahrung machen zu können, was solches Leiden bedeutet, weil irgendwann erinnerst du dich ja dann doch wieder. Und dann dauert es wieder Äonen, bis du in der Lage bist, so eine Erfahrung zu machen. Das heißt, es ist tatsächlich was relativ Besonderes, was wir hier auf der Erde erleben können, auf diesem Server, wo wir uns gegen solche Fresse einhauen können. auf anderen Servern ist das nicht möglich. Da wirst du sofort gebannt, da wirst du Christen IP-Ban und wirst auf die Erde geschickt, wenn du dich daneben benimmst. Deswegen ist das ja auch das Fundament, diese Matrix. Also wir sind wirklich am Untergrund des Fundamentes. Wie du gesagt hast, ob man das jetzt Lucifer nennt, ob man dieses Wesen Architekt oder wehen auch immer, Saturn, es hat wirklich tausende Namen, wie man es auch nennen mag. Doch im Grunde genommen gibt es einen Architekten, der das hier alles irgendwie programmiert hat, sei es diese Symmetrie des Körpers, sei es alles, was hier existiert von Negativität und generell die Regeln. Das ist tatsächlich was, das findest du nicht nur auf der Erde. Also es gibt ja genau, also auch Lucifer hat eine Engine benutzt, die auf anderen, also das ist wie wenn irgendein Spiele programmierer, die Unreal Engine benutzt, um da sein Spiel mit zu programmieren oder irgendeine andere Engine benutzt. So hat Lucifer halt eben auch eine bestimmte Engine benutzt und das sind das, was du zum Beispiel hier Decode Your Reality, der Logan auf dem amerikanischen Kanal, der dann halt der Moment mal, da sind überall, da sind so Sachen, die wiederholt Code lesen. Das kannst du zum einen kannst du deinen eigenen Matrix Code lesen, du kannst aber auch den Matrix Code der Materie lesen. Der folgt, die Materie, also das folgt alles bestimmten Vorgaben und diese Vorgaben kannst du sehen. Genau. Das wäre mega interessant. Also ich kann mich da so richtig reinsteigern auch in Begeisterung, weil das einfach geiles Thema ist, weil es super interessant ist, finde ich. Das ist ja quasi das Ziel der Matrix, ist es, die Matrix aufrechtzuhalten, nicht ins Zuwache zu gehen oder ins Zunegative. Es ist die Lage. Boah, da sind so viele Dinge, so viele Dinge, wie halt eben auch luziferisch, teuflisch, satanisch. Der Logan, der sagt es immer wieder und nicht nur Logan, auch hier der Morgue, wir sind der Teufel, wir sind die Teufel, die die Hölle beleben. Wenn wir das einfach sein lassen würden, wir könnten ja auch Engel sein, aber wie hat Jesus schon gesagt, werfe den ersten Stein, der frei von Schuld. Wir sind alle kleine Teufel, ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Wir sind tatsächlich Sünder, weil wir hier in einer Welt leben, der die Sünde quasi Tagesprogramm ist. Du wirst ja regelrecht dazu genötigt, zu sündigen. Ja, weil das Tier, das ist von dem Luzifer. Aber du kommst da auch raus, das ist kein Problem. Und irgendwie scheint es im Moment tatsächlich sogar so zu sein, als müssten wir hier gar nicht sterben, sondern tatsächlich auf der Erde einfach aufhören, dieses Spiel zu spielen und ein anderes Spiel spielen. gibt immer die Möglichkeit, auch anders seinen Server zu wechseln. Aber ich glaube, im Moment ist das halt so eine, ich bin mir sicher, dass wir gerade auch tatsächlich die Möglichkeit haben, auf der Erde anzufangen, ganz bewusst ein anderes Spiel zu spielen, als das, was vorgegeben ist. Natürlich, definitiv. Deswegen ist es ja unsere Entscheidung. Du musst einfach nur an andere Regeln halten. Du musst einfach nur andere Spielregeln aufstellen, danach spielen, folglich wird ein anderes Spiel gespielt. Ganz simple Kiste. Klar, es ist ja unsere Entscheidung, wie wir, was wir spielen, wie wir es spielen und wie wir diese Realität gestalten. Es ist wirklich unsere Entscheidung. Natürlich hat diese Realität ein Grundbetriebssystem, eine Grundprogrammierung. Deswegen nenne ich diesen Architekten zum Beispiel nicht Lucifer, weil ich das automatisch mit Negativität verbinde, sondern ich nenne es KI, Künstliche Intelligenz. Es ist ein Architekt. Es ist quasi ein Wesen, was etwas nicht als positiv oder negativ sieht, sondern es folgt nach seiner Programmierung. Deswegen hat es auch nicht so viel Intuition oder kann den einzelnen Menschen verstehen. Deswegen möchte es auch an sich jede Form von Person in eine Art Glaubenssystem bringen, jetzt sei es Religion, Medien, wo auch immer in eine Art von Glaubenssystem, um Kontrolle zu bringen. Kontrolle, um zu schauen, okay, wie kann ich diese Person, wie kann ich die Potentialität seiner Realität oder Zukunft beeinflussen? Das ist das Ziel. Einfluss auf die einzelnen Personen oder auf die Massen. Durch Einfluss hast du Kontrolle. Genau. Und, darf man dabei nicht vergessen, alles durch unsere Legitimation. Keiner ist hier freiwillig. Anders geht das nicht. Genau, das ist es ja. Wir sind immer noch die, die das halt jeden Tag ja auch mitspielen und dadurch legitimieren, durch unseren Gehorsam. Ja. In dem Moment, wo wir den Gehorsam verweigern, spielen wir ja automatisch ein anderes Spiel. Genau. Und wenn das mehr machen, dann ist von dem alten Spiel dann halt auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Das funktioniert halt eben auch nur über den Gehorsam. Das ist es ja. Das ist ganz lustig. Das Spiel als sich will sich natürlich, das Spiel selber ist auch eine Entität. Das hat auch einen Selbsterhaltungstrieb. Klar. Das ist ein System und jedes System ist eine Entität. Nimm dir einen Strickpulli. Nimm dir einen Strickpulli und dann eine Laufmasche. Die macht das ganze Bild kaputt. Da bist du sofort dran und guckst, dass er das wieder reingezogen, Chris. Verstehst, was ich meine? Das ist der Selbsterhaltungstrieb eines jeden Systems. Das System will natürlich nicht sterben. Ja. Aber in dieser Matrix ist nun mal eben alles endlich. Von daher hat das System da halt leider auch Pech und wird irgendwann scheinbar. Von daher. Definitiv. Es ist halt nur, wie gesagt, unsere Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung. Egal in welcher Richtung sich das Ganze hier entwickelt. Deswegen ist es auch nicht in irgendeiner Hinsicht jetzt gerade, wo wir sind schlimm, gut oder perfekt. Oder es ist, es ist einfach. Es ist unsere Entscheidung. Ja, genau. Negativität oder Positivität kann uns nur beeinflussen, indem wir es dann zustimmen. Es wird ja überall der Haken zu setzen fürs Zustimmen. Ja, genau. Und das ist ja so, wie es im Moment ist. Nur in diesem Moment so. Und in diesem Moment haben wir, wie jedem anderen, die Möglichkeit, den Gehorsam zu verweigern, anzufangen, was anderes zu machen. Wir müssen dann nicht erst auf irgendein anderes Leben warten. Wir können ja jetzt in diesem Moment mit anfangen. Genau. Deswegen kommen wir ja auch meist hier runter, um zu versuchen, ich möchte das Gleichgewicht vielleicht in eine andere Richtung lenken. Deswegen kommen auch, deswegen sagen auch viele Menschen, es gibt eine Mission von den Starseeds oder wie man diese spirituellen Seelensterne, was auch immer, nennen mag. Manche nennen es Indigo, halt Seelen, die in diese Realität kommen. Ich weiß, was du meinst, aber Seelen, die in diese Realität kommen, um die Waage in eine bestimmte Richtung zu lenken. Sei es bewusst technisch höher oder runter. Ich glaube, das sind tatsächlich auch wieder nur Konstrukte. Das sind Dinge, die uns helfen, auf andere Ideen zu kommen, was anderes für möglich zu halten. Genau, richtig. Und etwas, mit dem wir uns identifizieren können. Deswegen ist er, also ich halte von, so unter uns, Pastorentöchtern, ich halte von der Föderation des Lichts gar nichts. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich halte nichts von Föderationen. Das ist halt wieder so ein politisches Ding. So, was ich halt, wo ich einfach so, ey, Föderalismus, das ist einfach nicht mein Ding. So, weil, guck dir alle Filme, wo Föderationen irgendeine Rolle spielen, sind eigentlich dann automatisch dann auch immer Rebellen da, die gegen die Föderationen sind. Ob das bei Star Wars ist oder sonst wo. Das heißt, aber es ist etwas, durch das wir die Möglichkeit bekommen, an was Erbauliches, etwas Übergeordnetes, das da ist und uns Kraft gibt, uns damit identifizieren zu können, um auch hinterher rauszukommen, das waren ja sowieso nur wir. Das ist ja nur ein Aspekt in uns. Das ist die Föderationen, das ist die intergalaktische Föderationen. Hör mal, ich bin in 162 Ländern der Welt in der Presse gelandet mit dem IHR. Das war mein absolut, das war für mich das Lustigste an der ganzen Sache, dass ich mit dem intergalaktischen Hilfs- und Rettungskommando weltberühmt geworden bin. Weil das intergalaktische Hilfs- und Rettungskommando quasi meine Verpackung war von hey, ich bin so ein Typ, da wo ich bin, da habe ich es gerne schön und gucke auch, dass ich es schön halte. Ich mache es erst mal sauber und dann lebe ich hier in Frieden. Und jeder, der sich mit dieser Einstellung identifizieren kann, der darf sich sehr gerne zum IHR, zum intergalaktischen Hilfs- und Rettungskommando mit dazuzählen. Es ist letztendlich meine Version der intergalaktischen Föderation gewesen, ohne halt eben eine Föderation zu sein, die ein Zusammenschluss ist, die dann aber auch irgendwie dann erfordert, dass sich alle dann zusammenschließen. Und das wird ja nie richtig funktionieren. Du wirst immer Leute dabei haben, die jetzt nicht so wollen wie alle. Und genau deswegen funktionieren diese Föderationen nicht. Also eigentlich sind die ja dazu da, um Frieden zu schaffen, bringen aber dadurch genau das Gegenteil hervor, weil sie eben diese Kraft sind, die Gutes will, Böses schafft oder Böses will, Gutes schafft. Deswegen sage ich auch, wir brauchen kein Retter. Wir brauchen kein Retter. Es ist unsere Entscheidung. Niemand muss uns hier mit einem Schiff abholen und sagen, jetzt seid ihr sicher vor den Rothschilds, sondern es ist deine Entscheidung. Das habe ich noch aus einem ganz anderen Aspekt, so durch QAnon und dann hier diesen ganzen Messianismus, der da mit zusammenhängt, dann den Trump als Messias da irgendwie zerfällt. Wo ich gesagt habe, hey, was habt ihr davon? Was habt ihr davon, wenn der Trump euch jetzt da aus irgendwas raus, wenn der jetzt sagt, Deutschland ist besatzte Zone und ihr seid nicht souverän und ändert, ey, wenn ihr nicht aufhört, anderen Leuten hinterher zu laufen, dann kann der Messias kommen, wie er will, dann lauft ihr einfach nur dem Nächsten hinterher und euch ist in keinster Weise geholfen. Genau, deswegen sage ich auch bei YouTube, denn die Ziele sind uns, denn die Ziele sind uns. Jedes Mal hinterfragt auch das, was ich sage. Wegen vielen nehme ich auch als Messias war und sagen, ey, Koray, das, was du sagst, das muss immer stimmen, das stimmt und ich sage immer, ey, das ist vollkommen gefährlich. Ich will kein Sektenführer sein, ich will dir einfach nur meinen Stand der Dinge erklären. Passt es zu dir, dann super, aber hinterfrage es vorher. Und das ist genau dasselbe, das werden auch bestimmt einige Leute hier drin haben, die sagen, was? Er hat Trump, er sieht Trump nicht als Messias an, er sieht das nicht an. Ich kenne sehr viele, die Trump extrem als Messias sehen, weil diese Personen keine Eigenverantwortung in dem Sinne haben. sie verstehen nicht, dass sie selbst, viele sagen immer, ja, was bringt das denn? Ich bin doch alleine, was soll ich gegen das System machen? Der eine ist derjenige, der dieses Unterschied macht. Es fängt bei diesem einen an. Immer der eine. Und das ist das Wichtige. Der eine macht da den Unterschied. Es fängt immer einer an, der das Ganze unglaublich in eine Richtung lenkt und verändert. Ja, aber das wird wahrscheinlich kaum der Trump sein. Ja, also ich sag mal so, ich bin für jede Potentialität offen, doch gebe ich nicht meine Eigenverantwortung irgendjemandem, dass der mich irgendwo rausholt, weil es gibt mich nirgendwo rauszuholen jetzt gerade. Ich lebe mein Leben. So, es ist jetzt. Bedeutet, ich versuche es nicht irgendeiner hin. Du brauchst gar keinen Messias mehr. Genau, ich bin mein Messias. Ich lebe mein Leben. Genau. Ich brauche keine Religionen, die mir bestimmte Regelwerke geben oder Messias, der mich irgendwo rausholt. Ich hole mich aus meiner Eigenverantwortung selber raus, genauso wie ich das bei den Coachings sage. Ich bin nicht derjenige, der dir die Tür aufmacht, dich packt und da rausschmeißt, so dass du hinfällst durch meinen Wurf und dann direkt wieder zur Tür kommst, dass ich dich nochmal schmeiße, wie die meisten Gurus oder Heiler das machen. Diese schnelle direkte Heilung, diese schnelle, helfen. Doch ist das Wichtige zu verstehen, dass du und deine Eigenverantwortung am wichtigsten seid. Ich kann dir dabei helfen, wie du dir die Klinke aufmachst, die Tür ziehst und durchgehst. Doch gehen, die Schritte machst du. Mit diesem Bewusstsein bin ich in diesem Körper. Ich will nicht in dein Körper rein und dein Leben leben, sondern ich möchte gerade hier sein. Ich möchte dir nur dabei supporten, wie das bei mir funktioniert hat. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann nicht. Ich finde das voll toll, wie der André Stern das ausdrückt. Der sagt das nämlich irgendwie ganz anders. Der sagt in seinen Vorträgen, ich lade euch jetzt einfach mal ein, hier ein, zwei Stunden mit mir, hinter diesen Spiegel zu kommen. Hinter den Spiegel. Und euch da eine Weile mit mir aufzuhalten. Und er führt sich auf wie ein Führer, einen Fremdenführer, einen Touristenführer oder sowas, der einfach gerade den Leuten einen Bereich des Lebens, der hinter diesem Spiegel ist, auf dem er sich einfach schon sein Leben lang auffällt und den Leuten einfach mal eine andere Perspektive zeigen kann, genau das tut. Der macht keine Türen auf, der sagt, hier ist dieser Spiegel, wer möchte, kann gern mit mir dahinter kommen und ich führe euch hier mal ein kleines bisschen rum. So, und wenn er Fragen hat, könnte er die stellen. Und deswegen, das finde ich so, finde ich bei André Stern einfach auch unheimlich toll, wie sehr bei ihm die Augenhöhe, ohne dass er da groß überreden muss, aber tatsächlich eine Rolle spielt und auch rüberkommt. Er gibt sich nicht als Meister aus, von dem er was lehrt. Er sagt es selber, das ist sein Gitarrenlehrer, er gibt die Worte seines Gitarrenlehrers weiter. Jung, ich kann dir gar nichts beibringen. Überhaupt nicht. Ich kann dir zeigen, wie das geht, aber was du lernst, das liegt an dir. Ich kann dir alles zeigen, aber was du lernst, das liegt an deinem Interesse. Genau das. Deswegen sage ich auch den Leuten, wenn du wirklich was verändern willst bei dir oder in dieser Welt, musst du es wirklich dir selbst und aus tiefsten Herzen erklären, warum. Immer aus tiefsten, wenn du wirklich was möchtest in dieser Welt, sei es irgendwas Materialistisches oder irgendetwas, sage ich jetzt mal, wenn du es nicht aus tiefsten Herzen wirklich willst, oder anders gesagt, wenn du etwas wirklich aus tiefsten Herzen möchtest, dann kommt es, egal wie. Das habe ich immer, egal was in meinem Leben, wenn ich etwas aus tiefsten Herzen wirklich möchte und mir erkläre, ich brauche das jetzt gerade, dann ist es sofort da. Ich manifestiere es mir nicht morgen, nicht gestern, sofort. Ich versuche sofort mit meiner gesamten Energie das Ganze zu kreieren. Das mache ich seit Kindheit an. Aber das ist schwierig, schwierig, sowas zu finden. Wenn man das nicht kennt, ist das schwierig. Natürlich, natürlich, natürlich. Aber es erinnert mich tatsächlich gerade auch an ein Thema, das mich auf jeden Fall mit dir verbindet, weil wir hatten ja eigentlich schon vor ein paar Wochen oder Monaten inzwischen über meinen, dass ich aufhören wollte zu rauchen und dann halt auch tatsächlich und dann aber tatsächlich auch wirklich ein, zwei Tage nicht geraucht hat und dann aber mir die Fresse so weht hat. Wenn ich jetzt einfach ein Tütchen rauche, geht das gerade wieder weg. und ich mir gedacht habe, mach erst mal, du musst jetzt nicht doppelt dich belasten. Aber als das dann mit meinem Tricky Minus besser war und dann außerdem noch dein Chabu angekommen ist und ich dann irgendwie in dieser ganzen Stimmung auch war, dass ich dann halt eben vorletzten Samstag auch gesagt habe, so, das war es jetzt. Und ich rauche mir jetzt, ich drehe mir jetzt nicht erst noch eine letzte Zigarette, sondern die, die ich eben geraucht habe, war die letzte. Und ja, es ist tatsächlich so, dass ich zwischendurch noch ein bisschen Schmacht bekomme und eben heute Morgen habe ich auch noch hier gesessen, boah, das höre ich schon gerne einfach. Ja, aber nein, danke, ich habe die Macht, ich habe die Macht von Greyskull zu sagen, fuck you, Zigarette. Und es ist dann, das fühlt sich dazu, das, das macht dann letztendlich genau das, was die Zigarette auch macht. Ich bekomme ein Erfolgserlebnis. Dadurch, dass ich in der Lage bin zu sagen, fuck you, Zigarette, habe ich auf einmal ein Erfolgserlebnis. Ich werde belohnt. Ich kriege das und zwar instantan, was die Zigarette mir auch geben kann. Weil das ist ja mit dem Nikotin, die Sucht und Blatt, das ist immer hier, du kriegst du dein Suchtpotenzial und das ist ja letztendlich einfach dieses Belohnungsding. Du hast so, pfff, und ja, geht auch ohne. Geht, indem ich das einfach umdrehe. So wie du das quasi gerade auch gesagt hast. Jetzt und hier zu sagen, ich mache das jetzt so, ich manifestiere mir das jetzt so. Und wenn ich jetzt auch noch nicht in der Lage bin, mir hier sofort jetzt gleich ein Wohnmobil hin zu manifestieren, war ich auf jeden Fall schon mal in der Lage, von jetzt auf gleich mit dem Rauchen aufzuhören. dann. Mega geil. Dann. Ein paar Wochen vorher noch nicht, aber jetzt. Ich finde es, ja, wenn man es schafft, so mit Süchten aufzuhören, die essentiell im Leben da sind und man das Gefühl jede Stunde oder jede halbe Stunde macht, dann finde ich, das ist es ähnlich wie eine Manifestation mit dem Wohnwagen. Es ist etwas, was du ja jahrelang mit deinem Leben machst. Es ist etwas, was du finanziell wahrscheinlich sogar mit dem Wohnwagen so gesehen bezahlen hättest, könnte es wahrscheinlich so. Und da sage ich, hey, das, wenn man da bewusst darüber wird, dass dieses Erlebnis genauso wichtig ist, wenn nicht wichtiger als ein Wohnwagen, vor allem deine Gesundheit ist unbezahlbar, dann kann ich da nichts aufhalten und das ist das beste Gefühl. Deswegen ist das halt super, dass du über diese Fähigkeit oder diese Taktik bewusst darüber wirst, wie du zum Beispiel das Ganze auch als Belohnung siehst. Nicht so, ich bestrafe mich und höre auf mit dem Rauchen, sondern hey, ich tue was Gutes für mich und mit Eigenverantwortung merke ich, wie ich das Ganze kontrollieren kann und aufhören kann. Jetzt schnipser ich. Und das finde ich mega. Und da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Mit innere Einstellungen. Ich habe einfach eine innere Einstellung geändert und dadurch wurden die äußeren Umstände anders. Obwohl sich außen erst mal gar nichts geändert hat. Bis auf meine innere Einstellung dazu. Genau. Deswegen ist es auch wichtig zu verstehen. Sodass jetzt hier kein Tabak mehr zum Rauchen liegt und keine Blättchen um den Tabak da rein zu räumen. Das ist ja nur die Auswirkung dessen. Genau. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, dass Realität oder diese wirklich von innen nach außen kreiert wird. Egal ob hören, riechen, sehen, schmecken, fühlen, sind elektrische Signale interpretiert von deinem Verstand. Deswegen kannst du auch bei Träumen nicht immer sagen, treu mich oder bin ich wach oder du hinterfragst es meist gar nicht zu 70%. Weil du genau dieselben elektrischen Signale bekommst wie hier. Sei es Geschlechtsverkehr, Schmerz, Leid, Trauer, Freude, alles. Bedeutet, Realität definiert sich nur, welche Signale gerade von deinem Verstand interpretiert werden und wie du sie dann auslebst. Ich sage immer, wenn ein Baum im Wald umfällt, gibt es dann einen Ton. Wenn kein Wahrnehmer da ist, nein. Wenn kein Wahrnehmer da ist. Genau. Allerdings wohl, wenn kein Mensch da ist, weil es auch andere Wahrnehmer als Menschen gibt. Deswegen sage ich ja Wahrnehmer, etc. Ja, genau. Wenn keine andere da ist, der das Ganze wahrnimmt, gibt es keinen Sound. das ist das Lustige daran. So verstehst du, hey, Realität. Mir fällt nämlich gerade was anderes auf. Ich höre mich nicht. Ich höre mich nicht über die Kopfhörer. Deswegen brülle ich hier die ganze Zeit so in das Mikro rein. Das tut mir echt leid. Das fällt auch, dass mir das jetzt als auffällt. Normalerweise rede ich wesentlich ruhiger. Nur höre ich dich total laut und mich entschuldigen für all die jetzt. Ich passe alles an mit den Aufnahmen. Deswegen ist es aber nicht schlimm. Das passt schon. Ich kann das Ganze auch einstellen. 6x80. Wie gesagt, das ist ja nicht der erste Podcast. Das ist mein erster Podcast mit einer anderen Person. Das wäre jetzt der Bauchi. Ihr findet auch alle Daten, alle Infos in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne alle mal vorbeischauen. Und ja, das wird nicht unser letzter Podcast sein, definitiv. Oder Video oder Stream etc. Das ist auf jeden Fall der Start. Wenn du heute wissen, wie die Technik funktioniert, können wir das so meinetwegen, wenn du Bock hast, machen wir es regelmäßig. Ja, mega. Hätte ich auch Bock drauf. Ja, also wenn du möchtest, können wir den Stream oder das Video jetzt gerade so 44 Minuten halten. Ich finde, es ist perfekt mit der Zeit. Es ist ja nicht das letzte Mal, dass wir sprechen. Und ja, alle Daten, sei es die Website, YouTube-Kanal habt ihr als allererstes in der Beschreibung von Bauchi. Wenn du solche Fragen hast. Genau. Generell, falls Fragen da sind, ihr Tipps habt. Und wer irgendwelche Fragen hat, Kommentare, dafür ist die Kommentarfunktion da, schreibt es einfach drunter. Und wenn Fragen da sind, dann können wir die einfach im Nächsten aufgreifen und den auch so ein bisschen Interessen basiert dann gestalten. Genau. Auch diesen Podcast zwischen uns beiden. Ich zeige euch noch einmal von hier aus den YouTube-Kanal von Bauchi. Ich schwenke einmal hier rüber. Hier habt ihr seinen Kanal. Und dann könnt ihr da gerne nochmal da vorbeischauen. Und... Macht dasselbe. Ich lade das auch hoch und dann guckt ihr beim Koray rein. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und wie gesagt, Daten habt ihr in der Beschreibung. Support ist kein Mord. Und wir hören uns, Bauchi. Oh, packe ich mich da mal rein. Discord. So, dann machen wir uns mal ein bisschen größer. So, die Technik hier. Hammer. Hammer. Okay, ich danke dir, Bauchi. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Bis zum.